Heute geht es in den Barfußpark Iggesdorf. Und los geht es bei bestem Sonnenschein. Der erste kleine Halt. Und die Pulvermühle in Meckelfeld. Wenig später zog es sich dann zu. Es wird doch voll nicht regnen. Egal, weiter geht's. Ein wenig später wurde es dann schon wieder etwas freundlicher. Egal, weiter geht's. Und das ist dann schon wieder etwas freundlicher. Oh, wir sind ja schon da. Jetzt die kurze Hose an und hinein. Oh, wir sind ja schon da. Und nach ein paar erholsamen Stunden im Barfußpark geht es dann wieder in Richtung Heimat. Oh, wir sind ja schon da.